Das ist voll der schlechte Sniper übrigens. Aua! Schieß auf den Generator. Bam! Alter! Oh! Warum haben wir jetzt auf... Ah, shit! Terminatoren stehen wieder auf. Oh, shit! Scheiße. Warte, ich komm. Ich muss jetzt noch kurz ein bisschen aufladen. Okay, warte. Oh, shit, warte. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Jetzt aber jetzt. Ach, die ist... Oh, shit, ich bin tot. Ich wusste nicht, dass... Oh, fuck. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Lass Asher einfach mal ein bisschen zurück, ey. Bam. Okay, wo sind die scheiß Terminatoren? Oh, shit. Oh, shit. Ah, fuck. Der eine ist fast down, der rechte... Oh, god, oh, god, oh, god, oh, god. Alter, ge... Scheiße, ich bin draufgegangen. Danke, 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 danke. Oh, lowly. Alter, ein so'n Schlag, und was richtig fett ist. Hä? Hä? Von der hab' ich jetzt gar... Ach so. Oh Gott. Von der hab' ich ja gar nichts mitbekommen. Wie soll man das denn machen? Oh Gott. All das, die Missionen langen... ...bevor ich ein Bulli in die Hand pute. Bulli, jaja. Jaja, jetzt hol mal einen Sniper da her. Packen wir uns aufs Klo einfach nur. Hier irgendwie treff ich den da gar nicht richtig. Immer nur ab und zu mal. Wir sollten uns irgendwie in eine Ecke verschanzen, wenn die Terminatoren kommen. Damit die Aschert auch nicht irgendwo rumrennt, wie so'ne Dumme. So, jetzt kommen sie, glaub' ich. Lass mal verziehen. Terminatoren bei mir, Terminatoren bei mir. Moment. Okay, der ist down. Ich muss diesen Typen töten. Ja, schieß du mal auf den. Wir sollten uns vielleicht auf den Spasten konzentrieren. Oder ich mich. Ja, ich geb' dir mal Deckung. Wie immer sein Sniper auspacken. Okay, schieß es ab, schieß es ab. Bam, töte. Alter. Fuck. Warte, ich hol die, ich hol die. Wo bist du? Nee, die ist draufgegangen, die Ascher. Wo sind Terminatoren? Die sind doch schon noch irgendwo unterwegs, oder? Ja. Ja. Oh, ich hör so. Wir müssten hier gleich um die Ecke sein, irgendwie. Oh, nee. Das sind welche mit Minen. Ah, kacke. Okay. Okay, der ist down. Hinter dir ist einer. Oh, weg. Ja, lol. Alter, fuck. Ey, Schutzschild bringt's einfach mal ultra. Ja. Warum eigentlich Generatoren? Oh, das ist irgendwie wer draufgegangen. Ich glaub, der wird gleich das nicht wieder auf, oder? Wer ist denn hier draufgegangen? Oh, nee. Scheiße, ich renne. Mach das. Ah, schade, du bist so begabt, ey. Lass den mal wegballern. Irgendwie treff ich den so gut wie. Ich treff den so gut wie gar nicht. Generator. Okay, jetzt muss er draufgehen. Okay, jetzt, warte, warte. Jetzt, 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 jetzt. Mach mal was. Jetzt. Oh, Gott. Komm. Ja. 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 Endlich. Alter. War eigentlich ne geile Mission. Ja. 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 Ich bin jetzt. Evil mean was kind of an arsehole. Good you is kind of an arsehole. Blame my parents. Daddy issues? Nah, ich bin... Forget it. Don't like talking about your past. Don't see the point. Who cares what I did before I joined the Saints? Aren't you going to ask me about mine? I thought we were killing evil clones, not picking out play-says. I should probably get out of here. Once more for old time's sake. Why not? Der Fall Mistakes haben wir jetzt endlich auch geschafft. Alter, Level 19 bin ich schon. Level 16 bin ich jetzt gerade. Ja, du holst voll auf. Ah, schau, dicker. Ich glaube, die hat es ziemlich drauf als Besatzungsmitglied. Finde ich gut. Finde ich super, dupé. Super, direkt. So, jetzt machen wir aber Ende. Ich schmeiße jetzt mal noch alle Stühle hier um. Vielleicht kommt dann ein Easter Egg. Ist ja einfach mal sogar, wenn es echt ein Easter Egg kommen würde. Doch, da ist einer. Alles klar. So, Freunde, das war es wieder mit einer Saints Row Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, wenn ich schau mal, bei wie viel Prozent wir sind. Wir sind bei 28%. Und normalerweise, ich glaube, ich denke, normalerweise so bei 50, 60 ist die Story auch zu Ende. Das heißt, wir sind so über der Hälfte, Hälfte ungefähr. Und sehen uns dann bald wieder im Battlefield 4, Saints Row oder was auch immer. Bis dahin. Ciao. Das war es wieder mit der eiligen Dosis Saints Row 4. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich unglaublich über einen grünen Daumen freuen. Wenn du gar nichts mehr verpassen willst, drück einfach auf das linke Kästchen und abonniere mich dadurch. Außerdem kommst du über den Facebook-Link natürlich zur ultra-offiziellen Facebook-Seite von Vasco LP. Dort werden im Normalfall alle LPs gepostet. Wenn du jetzt schauen willst, ob schon eine neue Folge rausgekommen ist, dann einfach auf das rechte Kästchen drücken. Ich freue mich auf dich.